Guten Tag liebe Freunde von Shona Autobrokes International in Fort Lauderdale in Florida. Hier ein besonders hübscher Mustang oder Mustang. Ein 1965er Ford Mustang Cabriolet in äußerst seltenem Honey Gold Metallic. Tolle Lackierung. Das Fahrzeug wurde komplett restauriert vor circa fünf Jahren und hat eigentlich genau das, was so ein Fahrzeug haben sollte in meinen Augen und auch in den Augen des deutschen Händlerkunden. Steel-Styled Wheels oder Felgen. Verdeck elektrisch schwarz, Pony-Interieur schauen wir uns später auch noch an. Servolenkung, Scheibenbremsen vorne, acht Zylinder Automatik. Wirklich sehr schön gemacht das Ganze. Die Restaurierung. Schauen wir mal kurz in den Kofferraum. Das finde ich auch sehr schön von den Details her. Aber auch fair ausbepreist. So geht man natürlich gerne auf eine Carshow. Tasche mit dem Wagenheber und dann all die Originalunterlagen von damals. So war das Originalhandbuch von 1965 in einem sehr guten Zustand. Also das ist wirklich toll gemacht. Ja auch der Chrom im Bestzustand. Vielleicht hören wir uns das Ganze nochmal an, wie das so klingt. Acht Zylinder, 2,89 cubic inch, 4,7 Liter. Sollte so ein wie 200 PS haben. Eine elektronische Zündung, was sehr gut ist. Und klingt auch gut. Riecht auch gut. Das kann ich leider nicht mit Ihnen teilen. Fahrzeug wurde vor, erwerbt und dann für mich inspeziert. Schauen wir kurz in das Innere. Komplett neues. Ohne Interieur. Das Verdeck ist auch neu. Und elektrisch. Bootcover. Hier kann man alles sehen. Automatik, so wie es sein sollte. Ist ein kleines Radio nachgerüstet. Wie neu. Wirklich toll. Toll gemacht. So sollte es sein. Und auch hier im Motorraum. Alles da, wie es sein sollte. Sehr schön. Vom Detailing her. Das passt. Schönes aus hier. Ein goldener Mustang. Und dahinter ist noch eine Beleuchtung. Kleine, nette Details. Ich bin mir sicher, dass der hier so auf lokalen Shows Preise gewonnen hat oder gewinnen konnte. Wir, das Team von Schone Auto Brokost wünschen Ihnen, lieber Kunde. Allzeit gute Fahrzeuge. Viel, viel, viel Vergnügen. Mit ihrem 99, 65er Ford Mustang Cabrio in Honey Gold und schwarzem Pony Interieur. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Positionspartner befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Und dort wird es dann professionell im Container verpackt und geht dann auf seine Reise über den Hafen Miami nach Bremerhaven. Und wird dort nach der Oldtimer-Verzollung dann in die Homologation gehen für FÜV- und H-Kennzeichen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.